Hey Leute, hier habe ich euch jetzt meiner Meinung nach die beste, geilste und absolut epischste Skin-Kollektion mitgebracht, die wir bis jetzt bekommen haben, nämlich die Necro, äh, ich vergesse immer wie sie heißt, äh, Necro Irkala-Kollektion. Die Irkala-Kollektion ist wirklich absolut episch gemacht, also sie enthält diesen Necro-Skin, enthält diesen Sensenskin, den wir auf jede Sense benutzen können, also den hier, und enthält dieses Sugatra, was meiner Meinung nach das beste, aussehendste Sugatra von allen ist, sogar noch besser als das Pyros oder Pyras Sugatra, also absolut geil. Alles in allem ist dieser Skin absolut mega für mich, mit einem einzigen Problem momentan, wir haben einen kleinen Clipping-Fehler, wenn wir auf Verzierung gehen und die Irkala-Fesseln auswählen, diese Fessel beginnt auf dem Rücken und endet im Arm, die andere Fessel beginnt nicht auf dem Rücken. Wie zeige ich euch das jetzt am besten? Die andere Fessel beginnt hier vorne in der Brust und geht hier rüber in den Arm, das ist falsch. Die Fessel sollte auch auf dem Rücken beginnen und im Arm enden, dass beide über den Rücken sich drüber ziehen. Bis das gefixt ist, spiele ich nicht mal mit dem Gedanken, die Fesseln zu benutzen, sondern benutze weiterhin die Mordhaus-Bindings und das sieht dann einfach mega aus, zusammen noch mit dem richtigen Söndana. Also gefällt mir super gut. Ja, falls ihr diese Kollektion haben wollt, dann müsst ihr hier oben an die Konsole gehen und müsst entweder Necro eingeben oder Irkala oder Thanatos. Also dann kommen wir hier, Skin-Kollektion Irkala oder nur den Irkala-Skin. Gebe ich Thanatos ein, komme ich auch auf die Kollektion, weil der Sensen-Skin heißt Thanatos und der Sugat heißt auch Thanatos. Ich gehe davon aus, das ist nichts, was ich jetzt mit Sicherheit weiß, aber dass wenn man sich den Skin einzeln kauft für Necro, dass da auch die Bindings dabei sind. Da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Also es ist nichts, was ich weiß, aber ich gehe davon aus. Ja, der ganze Spaß kostet als Set 225 Platin und wenn wir es uns einzeln kaufen, kostet uns der Spaß um die 165 Platin. Und ganz im Ernst, für dieses epische Sugatra, also das Sugatra ist hammergeil, und ein Skin, der für alle Sensen so mega gut aussieht, das sollte uns das bisschen mehr Platin wert sein. Auch wenn wir dafür jetzt auf diesen schönen Zuckerstangen-Skin verzichten müssen, aber ganz im Ernst, die Sense ist doch fast ein bisschen besser, oder? Also alles in allem wirklich geiles Teil, das komplette Bundle. So, also, wie sieht es standardmäßig aus? Standardmäßig sieht das Ganze so aus, etwas spooky gehalten, überall diese Geisterenergie, dazu dann hier vorne noch dieser Streifen, sehr schlank gemacht, also wirklich als wäre Necro ein Geist, ein Untoter, sowas, also wirklich, wirklich schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn wir die Primärfarbe verändern, verändert sich das hier alles. Mit der Sekundärfarbe. Hier alles. Wobei, ich glaube, wir könnten jetzt aus Necro eine richtige Gottesanbeterin machen. Wegen dem Helm. Dann das hier finde ich sehr, sehr schön gemacht, solche kleinen Detail schön verspielt. Akzente dann hier wieder nur so ein bisschen was. Aber so schön Metallic wieder. Und die Energiefarbe verändert halt eben hier überall diese Geisterenergie. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Wenn wir das Ganze jetzt mit einem Standardhelm kombinieren wollen, habe ich auch ausprobiert, sieht es leider nicht so gut aus. Weil, also meiner Meinung nach, zum Beispiel hier der Ragnushelm, der richtet sich dann auch mit nach der Terzia und Akzentfarbe. Und das ist bei dem zumindest nicht sehr schön gemacht. Hier beim Shroud-Helm auch. Naja, also da finde ich, passt meiner Meinung nach nur noch der Prime, der normale Helm oder der Deluxe-Helm. Ragnus oder Shroud sehen leider meiner Meinung nach nicht wirklich gut an diesem Frame aus. Wenn wir die Bindings nehmen, können wir die natürlich auch noch einzeln einfärben. Das hängt dann aber hier mit der Dekoration zusammen. Und das hier ist alles so klein gehalten, da macht sich nicht wirklich was bemerkbar. Bis auf jetzt die Sekundärfarbe, weil das die größte Fläche ist. Das sind alles jetzt so kleine Spielereien. Aber da kann ich einfach sagen, drückt einfach auf Farben kopieren von euren Hauptfarben und dann habt ihr eigentlich das beste Ergebnis. Habe ich bei mir auch immer gemacht, beziehungsweise, ja, mir hat es immer gefallen. Gut, dann Sensen-Skin. Primärfarbe ändert hier den Griff. Sehr matte Farben. Sekundärfarbe. Na, ihr seht ja, was uns verändert. Tertia. Hier oben ein bisschen. Akzente. Jetzt die Klinge und alles wieder in Metallicfarben. Und die Energiefarbe. Die Geisterfarbe hier. Ach ja, das habe ich gerade eben vergessen zu sagen. Bei Necro natürlich auch. Wenn wir die Energiefarbe verändern, dann verändert sich hier so alles mit. Die ganze Geisterenergie und so. Also können wir wirklich schöne Sachen draus machen. Und ja, ich weiß, ich spreche diesen Frame falsch aus. Das liegt unter anderem daran, dass wir die ersten zwei Jahre lang keinen Namen für diesen Frame ausgesprochen hatten. Und jeder davon ausgegangen ist, dass es ein stummes S. Aber Necro finde ich auch besser als Necros. Also ganz im Ernst, Necros. Also egal, wie man es ausspricht. Wenn man nicht Necros sagt, finde ich, klingt es falsch. Es klingt einfach nicht mehr schön. So, dann Verzierung. Auxiliary. Tanatos. Das ist das hier. Und das ist einfach so super schön gemacht. Achtet auf diese ganzen Details, wie es gemacht ist. Kein Clippingfehler. Nichts. Also die Primärfarbe macht jetzt sehr, sehr wenig hier aus. Sekundärfarbe wieder etwas mehr. Tertia. Wieder etwas weniger. Aber wir haben hier eh nicht viel Fläche. Also von daher die Akzente wieder in Metallic gehalten und wieder eine große Fläche. Also das sind Sachen, die mag ich einfach. Die Energiefarbe ändert hier auch die Geisterfarbe. Ja, also alles in allem. Huch, was ist denn da oben mit meinem Teil los? Seit wann ist das zu? Ähm. Alles in allem ist das wirklich äh. Ein Skin Bundle. Dass das Platin absolut wert ist. Also es sieht einfach nur mega episch geil aus. Nichts ist darin, was nicht mega gut ist. Und es ist auch nichts drin, was ich nicht benutzen könnte. Benutzen würde, wenn ich es benutzen könnte. Also in meinen Augen ist es jetzt sogar wert, drüber nachzudenken, nochmal Senzen zu spielen. Auch wenn sie nicht so gut sind. Im Vergleich zu anderen Waffen. Allein schon wegen diesen mega geilen Skin. Ganz im Ernst. Also sieht einfach alles richtig geil aus. Für die, die es interessiert, hier habe ich zweimal schwarz genommen. Dann habe ich zweimal aus den Gamma-Farben, die man glaube ich gar nicht mehr bekommen kann. Hier diesen Hautton rausgenommen. Und dann einmal bei Energiefarbe hier diesen Grünton. Links, rechts Kuva. Und, ach ja, da unten auch Kuva. Und hier vorne habe ich wieder die Ferozbrustplatte. Normale Morthos fesseln, bis die anderen gefixt werden. Und als Söndaner habe ich hier hinten jetzt das Mozi Söndaner drauf. Einfach damit ich noch mehr von diesen Bindings habe. Ja, alles in allem Frame, den ich jetzt noch geiler finde als vorher. Ihr wisst ja, ich habe meinen alten Necro geliebt. Ich habe so viel Zeit mit dem Einfärben verbracht. Aber ganz im Ernst, das hier ist einfach so schön gemacht, so detailreich, so außergewöhnlich. Ich finde es einfach nur mega geil. Falls ihr meine Meinung wissen wollt, kauft euch diese Skin-Kollektion. Wirklich das komplette Bundle. Es ist es einfach wert. Okay, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lass mir ein Abo und ein Like da. Und bis bald.